So, herzlich willkommen hier bei Destroyer Humans Clone Carnage, so Manus 6, so angezogen. Tja, das Spiel ist quasi von normalen Destroyer Humans, da gibt ja auch hier ältere Visionen, neuere Visionen, so ein Kram, im zweiten Teil genau dasselbe. Und ja, da gibt es hier quasi, das ist für einen Teil ist ja quasi ein Add-on, ist aber quasi auch ein richtiges Spiel, oder so, gibt es selten. Ich habe schon gedacht, eigentlich müsste man als Hauptspiel dafür haben, Hauptspiel kostet 20 bis 30 Euro, aber was. Und ja, jeder Teil ist ein komplettes Spiel, wie gesagt, da steht auch drauf, Add-on, bla bla bla, was weiß ich nicht. Ja, 25 Cent. So, das ist schon mal cool. Ja, hab schon sogar extra noch ein Kumpel hier gefragt, aber ich kenne die Erzengel, sag nicht so, weil ich nicht. So, ne, gemeint auch, tja, kann ich runterladen, ähm, ist so ein komplettes Spiel eigenständig. So, alles klar. Es gibt auch Trophäen. So, wie gesagt, 15 Cent. So, ähm, tja, bloß hier gibt kein Story Mode, ist nix. Gibt halt da ein paar, ähm, sag ich hier ein paar ähm, Levels, wie es aussieht und so weiter. Und es ist quasi nur Multiplayer. Also, entweder man hat einen zweiten Controller, kann dann hier wie jetzt hier grad, jetzt mach ich hier ein, zwei Runden irgendwie lokal. Das heißt, ähm, mit dem zweiten Controller, ich spiele alleine, zweiter Kontroller beangestellt, egal. Und, tja, kriegt man halt Trophäen. Ja, hier muss einfach nur ein Match machen. Egal, ob man gewinnt oder verliert, ist egal. Hauptsache, die Zeit läuft ab und dann kriegt man mit Trophäen. So, da gibt es Trennen, Randale, Verwüstung, was hier auch mal mehrere Spielmodus, da kriegt man halt immer Trophäen, je nachdem. Wir haben das allein gemacht mit dem zweiten Controller, ähm, ja, also lokal halt. Und genau dasselbe geht für den Online-Modus auch. Da kriegt man auch dann dieselben Trophäen dann auch quasi, also andere Trophäen, aber für das selben ist schon dasselbe so quasi. Und dann kann man auch halt, wenn man, tja, mit mehreren zusammenspielt, wenn man dann quasi irgendwann, äh, mehr Punkte macht oder was, dafür kriegt man auch dann Trophäen. Also Platz 1 dann quasi. Und auch für ein paar andere Sachen. Gibt genug Trophäen halt. Aber es hat quasi alles lokal oder online halt. So, das war halt dann quasi auch schon alles cool, dass es wirklich für 25 Cent gab. Und, ähm, ja, hat auch Spaß gemacht. Warum nicht? Ähm, ich habe doch noch versucht auch noch ein paar andere Trophäen dazu bekommen. Ähm, tja, war ein guter Tipp. Kann nichts, kann nichts falsch machen. Muss mal jetzt suchen. Also einen Namen eingeben, ähm, hier, hier, Destroy Humans Klon Carnage halt. Und dann kriegt man für 25 Cent. Ja, ist doch cool. Darum hoch. Deswegen, ja, das habe ich hier so ein bisschen hier gespielt. Ich hatte bestimmt, ähm, hier ist ein Video von zwölf Minuten. Eben wart noch 15 oder 20 Minuten, keine Ahnung. Hier ist nur zwölf Minuten Video, ähm, ich hatte trotzdem bestimmt drei Stunden oder so gespielt. Auch mit anderen Leuten online habe ich auch gespielt. Ich mag so online Sachen eigentlich schon, aber weiß ich gar nicht. Naja, ich mache gleich noch hier ein Video noch von meinem Battlefield, wo nur online ist. Und das nervt nur. Na, hier war es wirklich nur in Ordnung und so halt. Ist mir auch egal, wenn der eine da mehr Punkte hatte als ich oder was. Ja, und, ähm, also, wenn man hier stirbt, ja, dauert ein bisschen, dann wird man wieder regeneriert, richtig, sterben kann man dann nicht. Und deshalb wird er eine andere halt dann Punkte machen, wenn überhaupt. Und dann ist es so ein cooles Spiel auch für 2 zu spielen. Einfach nur für ein bisschen Radale zu machen, Panzer abzuknallen, ein paar, tja, scheiß Menschen in den Arsch zu treten, den Planeten kaputt machen, scheiß Parasiten des Planetens. Darum geht halt, die Eldings sind cool, deswegen, so. Aber jetzt zeige ich euch noch ein paar andere Levels, und, ähm, tja, das brauche ich nicht noch weiter, je nach 8 Minuten hier umzulabern. Ist ein cooles Spiel, deswegen, ähm, ja, so, ich muss vielleicht noch ein paar andere, wie ich es machen, deswegen, so, ähm, tja, dann, ähm, ja, das war halt eigentlich, äh, daumen hoch und auch schon gefallen mit langen Nieren und guckt noch bisschen noch gerne der Rest noch vom Video an. Und, ähm, ja, das war dann erstmal, ja, bis nächstes Mal gehen schüssig, äh, bis dann, kann ich mal schön Videos gucken, gell. Sonst ist der Weihnachtsmann böse zu euch und bringt euch gern Geschenke, so, alles klar, wir sind schüssig. Schau nur, Mama, ohne Beine! Schau nur, Mama, ohne Beine! Untertitelung des ZDF, 2020 Hör damit auf, Crypto! Die Proben kann ich nicht gebrauchen! Ich rieche einen Kommunismus! Die Proben kann ich nicht gebrauchen! Die Proben kann ich nicht gebrauchen! Die Proben kann ich nicht gebrauchen! Hervorragend! Die Proben kann ich nicht gebrauchen! 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 Die Proben kann ich nicht gehen! Gibt es einen Keren umồngere Spiel ausdiesen Geht? Das war's. 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 Das war's.